Der Bestsellerautor und Vatikanjournalist Michael Hesemann hatte das Glück und durfte Papst Benedikt XVI. auf seinen historischen Besuch in sein Heimatland begleiten und die Stationen dieser Reise Berlin, Erfurt, Etzelsbach, Eichsfeld und Freiburg, die eindrucksvollsten Momente, die wichtigsten Begegnungen und die Worte und Botschaften des Heiligen Vaters in diesem einzigartigen Bildband mit brillanten Fotografien festhalten. Dieses Buch dokumentiert vollständig alle Ansprachen und Predigten dieses Jahrtausendereignisses. Die Fotos zeigen nicht nur den Papst, sondern auch die Begeisterung der Zaungäste, die überall bester Stimmung waren. Wer sich den Papstbesuch noch einmal zu Gemüte führen möchte, ist mit diesem Buch bestens beraten, zumal der Bildband in einem fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis steht. Das Buch der Papst in Deutschland von Michael Hesemann erschien im St. Ulrich Verlag. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.suv.de.